Aha! Geschafft! Wir sind so gut. Genau. Ja. So. Äh... Haben wir nicht irgendwas? Womit wir... Vielleicht... Naja, Streichholz oder so. Haben wir irgendwas? Äh... Lalalalalala... Streichholz. Vielleicht, Streichholz. Vielleicht. Achso. Weiß ich noch nicht. Okay, das ist blöd. Also wir haben die Kerze ausgelöscht. Ähm... Ah... Vielleicht ist hier was drin. Da ist was drin. Ich denke, dass diese matchen sind. Und das Ding fühlt sich wie eine Bombe. Eine Bombe. Super. Aber die Streichhörer sind ideal. Holy Skunksweat! Autsch! Du bist so ein Idiot, Guybrush. Joach... Ohohohohoho... Scheibe! Hahahaha... Genau. Aber voll fix und foxty, ich sag's euch. Der fliegt immer noch. Oh. Komm, steh auf. Gibt's noch irgendwas, oder willst du noch brecheißen? Oh, man tues was. Disserie, minde Glas. Okay. Okay. Okay, was das ist? Achso, okay. Wir nehmen noch das hier mit. So, was kann man noch mitnehmen? Das war die ersten Hammerschuhe. Dann gehen wir hier weiter. Gehen wir in den Dschungel. So. Dann mehr Dschungel. Das klingt super. Was ist das Schönes? Ich kann es nicht erreichen. Das sind das Kekse. Kekse. Haben wir hier ernsthaft Kekse drin? Das ist instant Low Sodium Cracker Mix. Just add water. Kekse-Mischu. Wofür brauchen wir eine scheiß Kekse-Mischu? Okay. Gehen wir zurück. Genau. Polymolch ist ja ein Cracker. Vielleicht müssen wir einen Kekse machen, damit der Papagei uns sagt, wo der scheiß Schatz ist. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Okay. So. Martini-Glas mit Ozean. Gehen wir zurück. Captain Marley. Wo sind wir die Trezesse? Das Wasser ist zu salty. Das Wasser ist zu salty. Das Wasser ist zu viel Salz mit Low Sodium Cracker Mix. Oh. Das ist vielleicht nicht das zur Rätung. Oh, der heck mit. Let's make a map and tear it into four pieces. That seems to have gotten most of the salt out of it. Sehr schön. Oh, no, no. That's not right. Keks. And you east from the pond to the dinosaur. Okay. Let's go over it again. So no one forgets where we marry the treasure. Super. So. Können wir denn mit unserem Hermann Tuchlisch quatschen? Äh, hi Hermann. Oh, hi. I've been waiting for you. Ähm, was soll das heißen? Was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich zeige Philosophie hier. Bitte was? Welchen Art von Philosophie are you teaching? Neo-existentist-Kartesian-Zen-Daoism. Das sind alle ranzige Cocktail-Partys dieses Jahr. Right hier? Auf der Beach? Sure beats a Tibetan mountaintop. I can go surfing when things are slow. How many students have you got? Well, none at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Ha ha ha. Could you teach me some philosophy? Okay. Here's a Zen koan for you. What? A philosophical puzzle. Okay. If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, what color is the tree? Red? Nope. Forest green? Nope. Brown? Nah. Blue? Nah. Cyan? Nope. Lavender? Not exactly. Magenta? Nope. Puce? Nope. Aquamarine? Nope. Taupe? Not even close. Burnt sienna? Not exactly. Ah, too should I. Raw umber? Nah. Sepia? Nope. Mulberry? Not exactly. Periwinkle? Nah. Orchid? Nope. Turquoise? Nope. Peach? Not even close. Plum? Not exactly. Aubergine? Not exactly. Oh. Nope. Mustard? Not exactly. Cabernet? Not exactly. Slate? Not exactly. Smoke? No. Brick? Not exactly. Coral? Not exactly. Chartreuse? Nope. Cherry? Nope. Wisteria? Nope. Raspberry? Not even close. Vanilla? Nope. Asparagus? Not even close. Cranberry? Not even close. Sangria? Not even close. Tashaise. Driftwood? Not exactly. Alpaca? Alpaca? Sumac? Nope. Tarragon? Not exactly. Evening haze? Nah. Venetian? Nope. Jennifer? Not exactly. Sashay? Nope. Drizzle? Nah. Bayou? Not even close. Manila? Nope. Macintosh Red? Nope. Mange? Not even close. Sharkbite? Nope. Sashimi Green? Oh God. Storm Grey? Nah. Eggshell? Nah. Menthol? Nope. Ivory? Ist das euer Ernst hier? Ebony? Nope. Hier kommen wir immer noch. Oxblood? Not even close. Salmon? Nah. Sahara? Nope. Robin's Egg? Nah. Fuchsia? Nah. Ash? Nope. Spice? Nope. Weathered Pewter? Nah. Kaki? Not exactly. Sweet potato? Not even close. Oh, Alter. Schon später, oder war's? Nope. Thalocyanide Green? Wer hat das alles eingefügt? Not exactly. Deep purple? Not exactly. Cadmium White? Nope. Ochre? Not even close. Oatmeal Heather? Not even close. Oh. All colors? Exactly. Oh, Dungu. Now, what has this experience taught you? That philosophy isn't worth my time? Oh, I'm very impressed. It takes most people years to reach this point. You have learned all that you can from me. Go forth into the world with confidence. I won't even charge you a buck. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. It looks kind of old. Hey, there's a cracker in here. Kicks. Hey, Captain Marley, where should we bury the treasure? Kicks. Oh, no, 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 that's not right. Waaah. Head due east from the rocks to the eggs. Waaah. Head due east from the rocks to the eggs. Waaah. I want my granddaughter to marry a real man. A captain, not a washout like you. Okay, Jules, müssen wir schauen. So, wir müssen... Hier ist aber noch gar nichts. Vielleicht erstmal nach Osten bis zum Teich? Hier geht's gar nicht weiter. Super. Gehen wir wieder zurück. Oh, scheiße, ey. Wir müssen... Ach so, wir müssen vom Teich nach Osten. So. Dann müssen wir hoch. Und dann wissen wir, wo der scheiß Schatz ist. Uhuhuhu. Schatz. Schatz. Hier ist was. Kann ich das nehmen? Kann ich die öffnen? Zugenagelt. Haben wir irgendwas irgendwas auf... Oh. Hey, Dynamite. Just like it says on the side. Sehr gut. Okay, dann gehen wir nach Osten. Osten. Bis zum Dino. Und vom Dino nach Norden. Norden. Ich hab keine Ahnung. Ich will zum Steinhaufen kommen. Vom Steinhaufen aus nach Osten. Bis zum X. Das ist das 2. größte X, die ich noch gesehen habe. Haben wir eine Schaufel? Haben wir eine Schaufel? Schaufel. Schaufel. Klar, voll geil. Ach so, Zement. Oh, äh, hier, 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 hier. Hier, warte. Ich glaube, es wird nicht so gut tun, wenn ich es erstes lichtere. Ach so. Dann, äh, äh, was haben wir denn hier, äh? Du bist so irre. Hallo, Elaine. Das kam von der Direktion der Dinkie Island. Ein Idiot, der muss mit meinem Großvater schlafen sein. Ach, ich hätte besser da rauskommen. Ich komme nicht da rüber. So, jetzt haben wir das Problem noch, dass wir da drüben irgendwie hin müssen. Wie machen wir das am besten jetzt? Ah. Vielleicht mit dem... Super. Dann vielleicht eher nach oben. Nicht doof, ne? So gut. Ah, 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 ah. Und jetzt kommt Elaine. Oder? Jetzt musst du Elaine kommen. Jetzt hängen wir hier. Super. Und du hast über drei Tage später gelesen. Willst du mir jetzt helfen? Alles, um dich zu schließen. Das muss ich die langste Geschichte sein, die ich noch gehört habe. Oh, Elaine. Hallo. Hallo. Oh, Gott. Oh, jetzt... Warte, ich jetzt Licht schalte. Oh, fuck. Eik. Hallo, Guybrush. Hey, hallo. Hallo, Lechuk. Du wirst mich dieses Mal nicht erinnern. Äh. Ja? Warte, mich nicht so schnell. Selbst wenn du es umgekehrt warst, würde ich immer wieder zu finden. Wir sind einander zu beenden. Wie, Leif und Lim? Wie, Leif und Lim? Wie, Leif und Lim? Aber ich war eher wie, uh... Brothers. Huh? Ich bin dein Bruder. No. No. Das ist nicht wahr. Das ist unmöglich. Search your feelings. Du wirst es sein. Du wirst es sein. No! No! Und ich habe ein bisschen surprise für dich. Das ist schön. Oh, ich denke, du mein Bruder ist...